Ja, hallo, mein Name ist Gerhard Lemke. Hauptberuflich arbeite ich als Studiengangsleiter und Professor einer dualen Hochschule in Baden-Württemberg, Deutschland, Mannheim und leite hier den Studiengang Digitale Medien mit dem Schwerpunkt Medienmanagement und Kommunikation. Und hier beschäftigen wir uns den ganzen Tag mit digitalen Medien und alles, was so an neuen Technologien vor allem auf Medienmanagement und Kommunikationsumgebungen eintrifft, also insofern auch auf das Marketing. Ja, dazu habe ich auch ein kleines Buch geschrieben, das jetzt gerade am Erscheinen ist oder wenn Sie das Video hören, wo schon Erscheinen erschienen sein wird, Smartes Marketing mit künstlicher Intelligenz. Und darum geht es auch in diesem Vortrag. In diesem Vortrag möchte ich einige neuere Tools vorstellen, aber eben nicht nur die Tools, sondern vor allem auch diese Instrumente aus der Perspektive des Einsatzes anhand konkreter Beispiele und Use Cases im Marketing präsentieren und beleuchten und natürlich auch bewerten im Hinsicht seiner Wirtschaftlichkeit und seiner Nützlichkeit. Ich freue mich sehr, wenn Sie bei diesem Vortrag mit dabei sind, aufmerksam zuhören und mir gerne kritische Fragen stellen. Ciao!